Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11687 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Er hat unsere Verabredung abgesagt und will mich nicht wiedersehen. Er hat unsere Verabredung abgesagt und will mich nicht wiedersehen. Wann kommt mein Frauschen endlich wieder zurück? Ich will nicht länger im warmen Auto bleiben. Wann kommt mein Frauschen endlich wieder zurück? Ich will nicht länger im warmen Auto bleiben. Wann kommt mein Frauschen endlich wieder zurück? Ich will nicht länger im warmen Auto bleiben. Warum fallen im Herbst die Blätter von den Bäumen? Warum fallen im Herbst die Blätter von den Bäumen? Warum fallen im Herbst die Blätter von den Bäumen? Was passiert in der Natur? Ich führe auch vorbeugende Maßnahmen durch. Dazu gehören Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen. Ich führe auch vorbeugende Maßnahmen durch. Dazu gehören Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen. Ich führe auch vorbeugende Maßnahmen durch. Dazu gehören Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen. Ich weiß nicht, welches Werkzeug du brauchst. Ich habe eine Auswahl mitgebracht. Schwimmen eignet sich gut zum Abnehmen und kann den Bauch- und Talienumfang reduzieren. Schwimmen eignet sich gut zum Abnehmen und kann den Bauch- und Talienumfang reduzieren. Apotheker in Großstädten verdienen in der Regel mehr als Apotheker in ländlichen Gebieten. Apotheker in Großstädten verdienen in der Regel mehr als Apotheker in ländlichen Gebieten. Apotheker in Großstädten verdienen in der Regel mehr als Apotheker in ländlichen Gebieten. Apotheker in Großstädten verdienen in der Regel mehr als Apotheker in ländlichen Gebieten. Apotheker in Großstädten verdienen in der Regel mehr als Apotheker in ländlichen Gebieten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.